Eine der wichtigsten Fähigkeiten beim Abmischen von Musik ist sicherlich richtiges Hören. Aber gerade Beginnern und Fortgeschrittenen fällt es hin und wieder durchaus schwer, Probleme zu identifizieren oder auch einschätzen zu können, ob der Mix denn jetzt schon angekommen ist oder ob er noch Nachhilfe braucht. Schön wäre doch da, wenn man mal auf die Schnelle eben ein optisches Kontrollmedium hätte. Und ich zeige dir heute einfach mal ein kostenloses Plugin, das jede DRW mit an Bord hat und mit dem du ganz schnell überprüfen kannst, ob du mit deinem Mix auf dem richtigen Weg bist oder nicht. Wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die großen Hits im Radio. Und wer kennt es nicht? Beginner, Fortgeschrittene und auch Profis. Man sitzt die ganze Nacht am Mix, ist total stolz, geht ins Bett und nimmt am nächsten Morgen den fertigen Mix auf dem Stick mit ins Auto auf dem Weg zu Arbeit, schiebt ihn rein, hat vielleicht vorher schon ein bisschen Radio gehört und stellt dann fest, oh Gott, mein Mix transportiert sich überhaupt nicht hier im Auto. Er klingt viel zu fad, zu leise, vielleicht zu mumpfig, zu viel mitten, zu Höhe, zu viel Bässe. Egal, das ganze Ding funktioniert auf jeden Fall von vorne bis hinten nicht. Was ist passiert? Ja, man hat sich natürlich reingehört in den Song beim Mix. Die Ohren gewöhnen sich irgendwann an einen Mix und selbst Probleme, die ein Mix haben sollte, hören die Ohren nicht, weil sie sie einfach ausgleichen. Das ist einfach so. Unsere Ohren sind ein fantastisches Organ, aber leicht bestechlich. Schön wäre es natürlich, wenn man da sich zwischendurch einfach mal abgeglichen hätte und eine Möglichkeit dazu gibt es natürlich. Mischen mit Referenz ist da das Stichwort. Und ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, wie du das alles virtuell verkabeln musst, damit du genau mit deinem Referenztitel deinen Song abmischen kannst. Die Idee ist ja, dass du einen professionell fertig gemischten Song hast und dann abwechselnd immer zwischen deinem Mix und dem Profimix hörst, was noch fehlt. Aber viele Leute, vor allem Leute, die nicht so regelmäßig mischen, haben das Problem, dass sie gar nicht so gezielt hören können. Sie hören zwar da was, aber können das nicht genau adressieren. Da wäre es doch toll, wenn man das vielleicht auch optisch überprüfen könnte, indem man sich einfach eine Inspiration optisch hört, holt, indem man schon mal sieht, wie so die Verhältnisse zwischen diesen beiden Songs sind und dann genau einschätzen kann, wo sind denn eigentlich die Unterschiede und dann auch gezielt in die Bereiche reinhören kann. Jede DRW hat zum Glück so ein Hilfsmittel an Bord, zumindest die meisten. Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen weiter aus dem Fenster, denn das Stichwort, was wir hier brauchen, ist ein Sidechain-fähiger Equalizer. Ein Equalizer also, der dir zum einen den Frequenzgang von deinem Song anzeigt, aber gleichzeitig auch einblenden kann, wie der Frequenzgang ist, der über eine Sidechain, über eine Seitenkette eingeblendet wird, zum Beispiel von einem Referenztitel. Wie man das genau benutzen kann, wie man das verkabeln muss in der DRW, also virtuell verkabeln muss und was du daraus ablesen kannst, das schauen wir uns gleich mal in der Session am Beispiel der Stamps des Monats aus dem Recording-Blog Premium-Bereich an und falls du dich unbedingt mal darüber informieren möchtest, was es denn eigentlich mit diesem ominösen Premium-Bereich im Recording-Blog auf sich hat, dann empfehle ich dir hier mal diesen Link zu klicken, da kannst du mal drauf gucken, da erfährst du alles, was du da wissen musst. Da gibt es unter anderem die Stamps des Monats, also jeden Monat einen Song zum selber mischen. Dann tanze ich dir den Mix auch noch vor. Es gibt also ein über zweieinhalbstündiges Video in verschiedensten Kapiteln, in dem ich dir den Mix von vorne bis hinten erkläre. Es gibt eine monatliche Mix-Kritik, es gibt ein Forum, es gibt, ach, hör auf, informiere dich einfach hier über den Link und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, jetzt immer noch gefallen sollte nach diesem großen Werbeblock, dann zeig es mir über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen sollte, dann drück schnell zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt mal rüber und schauen uns in der Session genau an, wie man mit einem Sidechain-fähigen Equalizer seinen Mix kontrollieren und danach auch verbessern kann. Also, los geht's. So, dann sind wir schon in der Session von Sankofa von den Stamps des Monats im Recording-Blog Premium-Bereich. Und wie gesagt, wenn es dich interessiert, informiere dich einfach mal über den Link, den ich dir da oben eingeblendet habe. Kannst du alles erfahren, was es damit auf sich hat. Und ich habe ja schon gesagt, Mischen mit Referenz ist einfach Gold wert. Man kann sein Mix während der Mix-Phase einfach mal überprüfen mit einem professionellen Mix und dafür sorgen, dass man so die Unterschiede dazwischen identifizieren kann und hören kann, hm, habe ich zu viel Bass, zu wenig, habe ich zu viel Mitten, zu wenig oder habe ich zu wenig Höhen, ist es vielleicht zu mumpfig bei mir oder zu viel Höhen, dass es vielleicht zu zisselig ist im Vergleich zu dem professionell gemasterten Mix. Und wenn du wissen möchtest, wie du das Routing anlegst, auch da habe ich dir ja gerade schon das Video verlinkt, kannst du oben mal reingucken, Routing von Referenztiteln sehr zu empfehlen. Jetzt nur so viel, wichtig ist, dass der Referenztitel natürlich möglichst unbeeinflusst auf dem letzten Bus ankommt, also auf den allerletzten Kanal. Der letzte Kanal, hier in diesem Fall bei Studio One heißt der Main, sollte also keine klangbeeinflussenden Plugins mehr haben, wie du hier siehst. Hier sind unten noch Analyse-Plugins, die vielleicht ein bisschen was anzeigen können, wie der Song klingt oder wie er sich verhält, tonal. Aber hier keine klangbeeinflussenden Plugins, damit der Referenztitel, der ja schon meistens gemastert ist, damit der eben nicht nochmal verfälscht wird. Um dann aber trotzdem deinen Mix passend abhören zu können, auch mit deiner Pre-Master-Kette, nennen wir sie mal, mit der du den Song ja auch nochmal final veränderst und auch laut machen kannst, solltest du beachten, und das ist auch in dem Video nochmal genau erklärt, dass du deinen Mix eben nicht mit der Master-Kette ja auf dem Main-Bus versorgst, sondern schon auf einem vorgelagerten Bus. Ich habe ja normalerweise, wenn du mir ein bisschen länger folgst, dann wirst du wissen, dass ich vor allem zwei Hauptbusse benutze. Einmal den Mucke-Komplett, wo die komplette Musik zusammenläuft, und einmal den Vox-Komplett-Bus, den ich benutze, wo die ganzen Stimmen zusammenlaufen. Die beiden schicke ich dann auf den Main-Mix-Bus, so habe ich den jetzt einfach mal genannt, damit klar erkenntlich ist, da läuft jetzt mein kompletter Mix zusammen. Und da ist dann auch meine Mastering-Kette drauf, also meine Prima, ich bin ja kein Mastering-Engineer, aber meine Kette, mit der ich den Sound nochmal ein bisschen beeinflusse, nochmal ein bisschen verbiege und dann am Ende des Tages mit einem Limiter oder mit einem Maximizer dann nochmal so laut mache, dass er auf vergleichbares Level mit einem Profi-Mix kommt. Und dieser Mix geht dann auch auf den Main-Bus. Mit anderen Worten, wir haben meinen gemasterten Titel auf dem Main-Bus und wir haben die Referenz auf dem Main-Bus. Und man muss dann im Prinzip eigentlich nur noch mit dem Solo-Schalter vom Kanal, von der Referenz hier hin und her schalten. Und das machen wir mal kurz, wir hören mal kurz im Vergleich, also erst Main-Mix und dann im Vergleich dazu die damals professionell erschienene Variante. Und man hört schon, dass hier Unterschiede sind. Mein Mix hat eine etwas andere Mix-Philosophie, das heißt, ich habe die Gitarre vielleicht an einer anderen Stelle gemixt, ich habe das ein kleines bisschen breiter angesetzt, ich habe den Bass anders angesetzt, aber man hört auch tonale Unterschiede. Mein Bass ist zum Beispiel bei Weitem nicht so tief wie der von der Referenz. Und das wäre natürlich eine Sache, die man dann durchaus gut identifizieren kann. Wenn du jetzt aber, wie ich es gerade schon angesprochen habe, vielleicht nicht die trainierten Ohren hast und da vielleicht Unterschiede hörst, aber die nicht benennen kannst, dann ist es halt hilfreich, wenn du die auch optisch sehen kannst. Wenn du wirklich sehen kannst auf einem Analyzer zum Beispiel oder auf einem Equalizer, der einen Analyzer hat, der dir wirklich optisch anzeigt, hey, da ist ein Unterschied und da solltest du mal genau hingucken, weil dann kannst du dich da optisch daran orientieren und kannst dann auch gezielt in den Bereich eingreifen und weißt dann auch ungefähr, wo du was verändern kannst. Zum Beispiel im Bassbereich, haben wir ja gerade schon gehört, also ich zumindest habe es gehört, ich weiß nicht, ob du es auch gehört hast, brauchst du auf jeden Fall einen Kopfhörer für, dass da Unterschiede sind. Der Bass von dem Referenztitel scheint deutlich tiefer zu sein, tiefer angelegt zu sein als meiner zum Beispiel. Aber wir gucken mal, dass wir das jetzt mal visualisieren können. Und ich habe ja schon gesagt, jede DRW hat sowas dabei, ein Equalizer, der Sidechain-fähig ist. Studio One hat den ganz normal dabei, das ist der ProEQ und ich lade den einfach mal hier hinter meinen Limiter, da wo mein Mix zusammenkommt, auf meinen Mixbus, da lade ich jetzt einfach mal hinter den Limiter, weil es soll ja nur als Anzeigemedium sein, lade ich jetzt einfach mal einen ProEQ und ich schalte den hier einfach mal beim Spektrum auf FFT-Kurve, weil die einfach ein kleines bisschen einfacher und nicht einfacher, aber ein bisschen filigraner anzeigt, wie sich die Frequenzen im Mix verhalten. Ich zeige dir mal kurz den Unterschied. Wenn ich meinen Mix abspiele, dann siehst du hier diese fein aufgelöste Kurve, die hier am Start ist. Und dagegen, wenn das in Dritteloktaven hier aufgebaut wird, dann ist es ein bisschen grober. Und ich möchte ja verdeutlichen, wo der Unterschied auch optisch ist zwischen dem Referenztitel und meinem Titel. Deswegen schalte ich das wieder zurück auf FFT. Jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass der Referenztitel auch in meinem Equalizer landet. Und dafür ist dieser Seiteneingang, die Seiten-Sidechain-Eingang von diesem Plugin ist natürlich Gold wert, weil da kann ich dann einfach den Sound einspeisen und der zeigt mir den dann auch an. Muss ich ihm hier oben sagen. Geht ganz einfach bei Studio One. Ich muss einfach auf Sidechain hier auf den Pfeil klicken und dann kriege ich eine Auswahl an verschiedenen Kanälen, die ich jetzt hier für die Sidechain auswählen kann. In meinem Fall ist das Referenz. Den klicken wir mal an. Und jetzt kommen hier gleichzeitig der Referenztitel und mein Mix an. Und wir können mal gucken, wenn ich den jetzt hier aktiv schalte, ich muss natürlich den Mute ausmachen, sonst würden wir da nichts hören. Gucken wir mal, wie die beiden Frequenzkurven sich verhalten. Du siehst, der rosane, das ist der Referenztitel und der blaue ist mein Mix in dem Stadium, das ich jetzt hier gerade anhabe. Du siehst, der Bass geht hier deutlich eine komplette Oktave tiefer. Wenn ich also jetzt das Lowend, also den Tiefbassbereich zum Beispiel, so haben wollte wie in einem Referenztitel, dann müsste ich natürlich dafür sorgen, dass mein Bass nochmal eine Oktave tiefer spielt. Zum Beispiel auf den Bass irgendwie ein Pulltec EQ zum Beispiel laden, mit dem Pulltec Trick untenrum nochmal ein kleines bisschen anheben und einfach die tiefste Frequenz nochmal ein bisschen hervorholen. Gibt es eine Menge andere Tricks auch, wie du den Lowend verbessern kannst. Das wäre jetzt einer, der mir spontan einfällt. Aber so konnte ich optisch ganz schnell identifizieren, dass das Lowend vom Referenztitel doch deutlich fetter untenrum ist, als das meine. Das kann jetzt eine Mixentscheidung sein, weil ich meinen Bass vielleicht in meinem Mix gar nicht so tief anlegen möchte. Aber eine Referenz hat man ja unter anderem auch, damit man sich wirklich an diesem Style auch orientieren kann und ungefähr dann auch in die Range springt, die dieser Referenztitel vorgibt. In diesem Fall ist jetzt der Referenztitel der gleiche Song, den ich abmische. Das ist natürlich komfortabel, wenn man wirklich lernen möchte am Mix. Aber oft, wenn du andere Mixe machst, dann hast du vielleicht, sagen wir mal, du mischt einen harten Rocksong ab und möchtest als Referenz Intercentment haben. Wenn du die beiden gleichzeitig abspielen würdest, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe, dann hättest du einen riesen Kuddelmuddel, weil es läuft dein Mix und gleichzeitig Intercentment. Das gilt es zu vermeiden. Das heißt, wenn du diesen Trick anwendest hier mit dem Equalizer, den ich dir jetzt gerade über die Sidechain gezeigt habe, wäre es sinnvoll, dass du den Ausgang von deinem Referenztitel für die Zeit stumm schaltest. Das heißt also, der Track muss zwar anbleiben, weil sonst kommt ja nichts in der Sidechain an hier. Auf der anderen Seite darf man aber nichts hören von dem Referenztitel, weil wir wollen ihn ja sehen. Sinnvoll ist es dafür einfach, den Referenztitel hier auf der linken Seite zeige ich dir jetzt mal eben, mit der rechten Maustaste drauf zu klicken und dem einen anderen Ausgang zuzuweisen. Hier steht, Bus für ausgewählte Kanäle hinzufügen. Ich habe auf den Referenztitel draufgeklickt, klickst du einfach hier einmal Bus für ausgewählte Kanäle hinzufügen und wie du dann sehen kannst, hier auf der linken Seite kannst du sehen, dass jetzt hier der Ausgang nicht mehr Main ist, sondern Bus 1. Wir scrollen mal rüber zu Bus 1 und den nenne ich jetzt einfach mal Stille. Warum? Ganz einfach, wenn ich den Fader jetzt hier runterziehe, dann kommt hier kein Ton mehr raus. Mit anderen Worten, ich habe den Kanalzug an, also ich kann die Referenz als Sidechain nutzen für meinen Equalizer, auf der anderen Seite höre ich ihn aber nicht mehr und so gibt es kein Kuddelmuddel beim Abhören und ich kann mich schön auf meinen Mix konzentrieren, beim Hören, aber trotzdem sehen, wie der Referenztitel sich verhält. Kicken wir nochmal hier auf den Pro EQ, Pro EQ und da sehen wir jetzt, dass hier Unterschiede sind. Die dramatischsten Unterschiede, die ich jetzt hier in diesem Mix sehe, sind vor allem im Bassbereich. Du siehst hier, eine Oktave tiefer spielt der Bass. Mit anderen Worten, da könnte man jetzt nochmal ansetzen. Und der zweite dramatische Unterschied hier im Vergleich der beiden Mixe ist hier im Höhenbereich. Du siehst, dass die rosane Linie, das ist der Referenztitel, doch deutlich mehr Höhen zu enthalten scheint. Weil die aber im gleichen Takt hüpfen, scheinen das wohl die Percussion zu sein. Also alle Instrumente, die Rhythmisch spielen oder die Gitarren, die auch so in diesem Offbeat-Technik-Stil spielen, die könnten auch ein bisschen mehr Höhen vertragen. Das heißt, wenn ich auch das angleichen wollte, dass mein Mix da ein bisschen höhenlastiger wird, kann man zum Beispiel in die Percussion einsteigen, mit einem Equalizer die Höhen ein kleines bisschen anheben, vorsichtig sein, nicht zu viel, sonst wird es gleich grätzend. Oder, dass man zum Beispiel bei den Gitarren ein bisschen mehr Höhen reindreht. Oder aber, dass man sich entscheidet, im ganzen Mix die Höhen ein bisschen anzupassen. Das geht zum Beispiel mit einem Equalizer, den du dann auf den Masterbus von deinem Mix oder in diesem Fall auf meinen Mixbus draufschmeißt, wo du dann mit einem Equalizer ganz leicht anhebst und dafür sorgst, dass dein Mix insgesamt heller wird. So hast du dann angeglichen. Solltest du Probleme im Mittenbereich zum Beispiel sehen, wenn du siehst zum Beispiel, dass du deutlich zu wenig oder zu viel Mitten reingedreht hast, dann ist es hilfreich, da unter anderem auch in die einzelnen Instrumente in diesem Bereich einzusteigen. Wenn du zum Beispiel einen gitarrenlastigen Song hast, Gitarren haben wirklich sehr viele Mitten, dann kannst du durchaus mal da einsteigen und sagen, okay, ich habe anscheinend zu viele Mitten, dann drehe ich einfach mal bei den einzelnen Gitarren in den Bereichen, die ich problematisch sehe, drehe ich ein bisschen raus, wenn du zu viele Mitten hast. Wenn du zu wenig Mitten hast, kannst du durchaus auch mal ein bisschen mehr einsteigen und bei Instrumenten die Mitten ein bisschen mehr reindrehen. Bei Gitarren zum Beispiel kann man durchaus auch noch mal ein paar Mitten featuren. Heutzutage sind Gitarren ja oft so gescoopt, so ausgehöhlt, dass sie viele Bässe, viele Höhen haben, aber wenig Mitten. Wenn du dagegen einen AC-DC-Song hören würdest, würdest du feststellen, die haben unfassbar viele Mitten. Deswegen haben die wahrscheinlich auch heutzutage noch so viel Energie, selbst wenn man sie im Radio noch hört, obwohl der Track schon 40 Jahre alt ist. Also bei den Mitten kann man durchaus auch einiges beobachten. Wie du aber siehst, ist ja einfach, ist es relativ einfach, hier zu identifizieren, wo die optischen Unterschiede schon mal sind. Du kannst dann danach gezielt noch mal gucken, dass du da ein bisschen anpasst, weißt aber schon mal, wo du ungefähr suchen musst. Ich hoffe, dieser Trick hat dir ein kleines bisschen geholfen und ermöglicht dir auf jeden Fall gezielter einzusteigen, mal deinen Mix aufzupolieren und zu vergleichen. Auf der einen Seite natürlich über Mischen mit Referenz, indem du A, B hörst und einfach versuchst herauszufinden, wo die akustischen Unterschiede sind. Aber B, wenn du einfach nicht weiter weißt, einfach auch mal optisch zu gucken, wo denn eigentlich die Unterschiede zwischen den beiden sind. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Ausprobieren. Schreib mir doch mal deine Erfahrung unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, ob dir das geholfen hat, ob das Unfug ist, was ich hier gerade erzählt habe in deinen Ohren oder ob es zumindest schon mal hilft dir, falls du Beginner bist oder Fortgeschrittener, der nicht ganz so oft mischt, ob es dir hilft, ein kleines bisschen mehr Orientierung zu bekommen im großen Frequenzdschungel, wenn man einen Mix anfertigt. Ich freue mich auf deine Kommentare und würde mich auch freuen, wenn wir uns die Tage wiedersehen zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassu!